Hi, ich bin Jo und das ist Tim. Ich backe Brot und Tim heißt aus irgendeinem Grund Brot. Mit Ei. Naja. Tim hat hier Spaghetti Carbo gekocht und weil es irgendwelche Probleme mit dem Ton gab, was ich nicht verstanden habe, soll ich jetzt das Voice-Over machen? Also let's go. Tim benutzt hier als Zutaten natürlich nur das Feinste von Feinsten und denn wer meine alten Videos kennt, der weiß, JWZDPDBR, je weniger Zutaten, desto besser das Pastorezept. Aber dann müssen die Zutaten natürlich im Einzelnen erst recht besonders gut sein, denn ein Herd ist schließlich kein Klärwerk. Also er nimmt natürlich Guanciale, das ist so ein italienischer Speck und dann noch Pecorino, das ist Hartkäse aus Schafsmilch oder aus Ziegenmilch. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall keine Kuhmilch. Dann noch Eigelb und das darf natürlich nicht zu heiß werden, sonst hast du am Ende auch nur Nudeln mit Rührei. Tim flext hier natürlich mit so einem komischen Küchentrick mit irgendeiner Schüssel auf dem Wasserbad. Und wenn die ganze Suppe dann schön umgerührt ist, dann kommt eigentlich nur noch der Speck drüber und dann wird das Ganze auch schon... Ach, und das Fett vom Speck natürlich, ist nicht zu vergessen. Dann wird das Ganze schön aufgewickelt und ja, das würde ich jetzt auch nehmen. Dann wird das Ganze schön aufgewickelt und ja, das würde ich jetzt auch nehmen.